Kaution 3MM Das sind 2.070 Euro Ach so, okay. Kann ich die Wohnung besichtigen? Natürlich. Am Mittwochabend um 20 Uhr. Moment. Ja, das geht. Wie ist die genaue Adresse? Die Wohnung ist in der Blücherstraße 12. Sie wissen, wo das ist? Ja, in der Nähe vom Eisstadion. Das finde ich sicher. Guten Tag. Ich bin Sorana Balbay. Wir haben vor zwei Tagen telefoniert. Das ist mein Mann Kerem. Guten Tag. Ja, richtig. Sie haben den Termin um 20 Uhr. Ich bin Daniel Selig. Kommen Sie herein. Vielen Dank. Wo fangen wir an? Ich zeige Ihnen zuerst die Wohnräume. Dieses Zimmer hier ist ziemlich groß und hell. Man kann es gut als Wohnzimmer benutzen. Und hier ist auch der Balkon. Jetzt ist es Abend und die Straße vor dem Haus ist ziemlich ruhig. Wie ist es aber am Tag? Gibt es viel Verkehr und Lärm? Ist hier nicht das Josefs Krankenhaus in der Nähe? Ja, das stimmt. Deshalb fahren manchmal Kranken- und Notarztwagen auf der Hauptstraße vorbei. Aber das passiert nicht oft. Und sie fahren meistens ohne Alarmsirene. Oh, dieses Zimmer ist sicher gut als Schlafzimmer geeignet. Es ist zwar klein und auch ein bisschen dunkel, aber es ist sehr ruhig. Wie viele Quadratmeter hat es? Moment. Da muss ich nachsehen. Es sind genau zwölf. Ja, zwölf. Hier ist das dritte Zimmer. Das ist sehr gut. Das Zimmer kann ich als Arbeitszimmer benutzen. Es ist viel Platz für meinen Schreibtisch und die Bücherregale. Allerdings sehe ich, dass die Wohnung noch nicht renoviert ist. Wir lassen das noch machen. Aber wenn Sie diese Wohnung mieten, können wir natürlich über die Wandfarbe und andere Dinge reden. Auch den Boden wollen wir noch erneuern. Das heißt, Sie renovieren alles? Ja, äh, nein. Ich mache die Renovierung nicht selbst. Ich habe keine Zeit. Ich lasse die Wohnung renovieren. Ich habe einer Firma den Auftrag gegeben. Alles klar. Können wir jetzt noch die Küche sehen? Ja, natürlich, gerne. Die Küche gefällt mir. Sie bietet viel Platz. Aber die Einbauküche ist schon ziemlich alt. Ich denke, dass wir eine neue kaufen. Was meinst du, Sorana? Ja, das möchte ich auch. Das ist nicht nötig. Die Einbauküche lasse ich auswechseln. Das macht eine Küchenfirma. Die hat schon alles geplant. In einer Woche ist der Einbau. Wir können also bei der Küche nichts mehr selbst machen? Nein, das tut mir leid. Das ist alles schon fertig.